2019 wird ein neues Europäisches Parlament gewählt. Der Stimmzettel für deutsche Bürger ist fast einen Meter lang. Aber worum geht es bei dieser Wahl und was macht das Europäische Parlament? Ihr habt sicher von den hitzigen Debatten, den Demonstrationen und Verhandlungen zur neuen EU-Urheberrechtsreform gehört. Besonders die Artikel 11 und 13 haben für viele Proteste gesorgt. Das Spannende an diesem neuen Gesetz ist, dass es nicht bloß für ein einziges Land gilt, sondern für alle Staaten, die der Europäischen Union angehören. Das sind derzeit 28 Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Schweden, Italien und Österreich. Manche dieser Länder sind sich politisch sehr ähnlich. Sie haben ähnliche Gesetze und sprechen manchmal sogar dieselben Sprachen. Andere Länder wiederum sind sich nicht so ähnlich. Wenn nun innerhalb der EU Regeln aufgestellt werden sollen, die für alle 28 Mitgliedstaaten gelten, ist es wichtig, dass dabei auch alle Staaten mitreden dürfen. Dafür gibt es das Europäische Parlament. Hier sitzen eine ganze Menge Politiker, sogenannte Abgeordnete, aus den einzelnen Ländern, die zur EU gehören. Sie erklären, welche Vorstellungen ihr Land hat und was sie sich wünschen und versuchen sich dann mit all den anderen Politikern auf etwas zu einigen, was möglichst allen gefällt. Das ist manchmal ganz einfach und manchmal ziemlich schwierig. Auf jeden Fall ist es aber sehr wichtig, denn wie sonst soll die Europäische Union herausfinden, was sie tun soll, um die Wünsche und Forderungen möglichst vieler Bürger zu erfüllen. Es gibt aber nicht bloß das Europäische Parlament. Es gibt auch den Europäischen Rat, der sich aus den Regierungschefs der Mitgliedsländer zusammensetzt. Angela Merkel gehört hier zum Beispiel dazu. Dann gibt es auch noch den Rat der Europäischen Union, der leider einen sehr ähnlichen Namen hat wie der Europäische Rat und deswegen manchmal damit verwechselt wird. Hier treffen sich alle Minister der Mitgliedstaaten, um über ein Thema zu verhandeln, für das sie in ihrem Land zuständig sind. Also zum Beispiel alle Bildungsminister oder alle Umweltminister. Und dann gibt es noch die Europäische Kommission, zu der ein Politiker aus jedem EU-Land gehört. Diese besprechen auch ganz verschiedene Themen, dürfen dabei jedoch nur an die Interessen der Europäischen Union denken und nicht an die Interessen ihres eigenen Landes. Bei der Europawahl spielen diese politischen Abteilungen jedoch keine große Rolle, denn hier wird nur das Europäische Parlament gewählt. Dabei hat jeder wahlberechtigte Bürger eines EU-Landes eine einzige Stimme. Wählen kann er dabei nur Parteien aus dem Land, dessen Staatsbürgerschaft er hat. In Deutschland sind das zum Beispiel die CDU, SPD, FDP, die Grünen, das BGE, die AfD und wie sie alle heißen. Weil nun aber nicht in allen EU-Ländern gleich viele Menschen leben, werden die Stimmen verhältnismäßig aufgeteilt. Das nennt man degressive Proportionalität und das ist ziemlich kompliziert. Aber im Grunde bedeutet es einfach nur, dass ein Land mit vielen Einwohnern mehr Sitze im Europäischen Parlament hat als ein Land mit wenigen Einwohnern. Deutschland hat dabei am meisten Sitze. Die Parteien mit den meisten Stimmen schicken dann wiederum einzelne Politiker, die sie schon vor der Wahl festgelegt haben, nach Straßburg, wo das Europäische Parlament seinen Sitz hat. In der EU wird übrigens nicht überall am selben Tag gewählt. Manche Länder wählen an einem Samstag, andere an einem Sonntag, wieder andere an einem Donnerstag. Wenn dann alle Länder gewählt haben, steht ein neues Europäisches Parlament fest, das wieder über neue Gesetze verhandelt, die in der ganzen EU gelten sollen. Und das geht dann manchmal wieder ganz schnell und manchmal dauert es eben. Ich weiß nicht, dass wir alle Menschen sind. Ich weiß nicht, dass wir alle alle anderen einweihen können. Ich weiß nicht, dass wir alle Menschen sind. Aber wir werden lachen sehruccienden Leute feststellen. So können wir alles in der EU gelten können. Ich weiß nicht, dass wir in der EU gelten sind. Du lobst thematzt haben wir das neue Erdbeben rein. Ich weiß nicht, wenn die EU gelten sind. Vielen Dank.